Herzlich Willkommen zu deinem Kurs. Wir fangen an. Wir marschieren auf der Stelle, laufen uns ein bisschen warm. Du musst die Füße nicht abheben, geh einfach auf die Zehenspitzen und schieb das Becken ein bisschen rechts, links, nimm die Arme mit dazu. Was machen wir? Wir machen ein bisschen Oberkörper, Conditioning, wir machen ein bisschen Bauch und wir fangen am Stehen an. Nimm die Arme mit dazu. Schöne Schulter kreisen, Ellenbogen schön nach hinten schieben, Schulterbitter ein bisschen durchbewegen, Rückmuskulatur aufwärmen. Rechts, links, links, rechts, komm! Locker, locker, locker. Ja, Hilfsmittel brauchst du keine. Du darfst jederzeit Pause machen, jederzeit aufhören. Du darfst jederzeit was trinken. Dabei empfehlen wir bitte stilles Wasser, keine Kohlensäure, das gibt immer so einen blöden Magendruck. Und beide, hopp! Bisschen intensiver, die Schultern nach oben und die Schultern nach hinten. Und nehmt die Arme mit. Und wieder abwechselnd. Bisschen leicht nach vorne beugen, den Oberkörper leicht mit eindrehen. Damit machen wir den Rumpf schon ein bisschen warm. Und wie immer auch den Hals und den Nacken aufwärmen, einfach die Schultern nach oben ziehen. Abwechselnd. Ja, was machen wir in der Stunde? Wir machen ein bisschen was für unser Herz-Kreislauf-System. Wie ihr merkt, der Puls geht langsam hoch. Und wir kräftigen und stabilisieren oder stärken unsere Brustschultern. Und den Rücken ein bisschen und den Bauch. Alles was den Oberkörper betrifft, haben wir gleich im Einsatz. Und das ist für Verspannungen, beziehungsweise dagegen. Und beide, komm! Hoch, 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 hoch. Nur noch 100, komm! 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halt mal oben fest. Beine können ruhig weiter sich bewegen. Und jetzt nur hoch, top. Hoch, 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 hoch. Ist gut. Tut genug weh. Locker bewegen. Okay, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass ich von gestern noch Musiker da habe. Hände nach vorne werfen, komm! Seid froh, ich habe euch jetzt 100 Wiederholungen geschenkt. Richtig schön nach vorne und nach hinten, komm! Schön Ellenbogen nach hinten ziehen. Bisschen mehr. Okay, kurz stehen bleiben. Ich hätte gern, dass ihr das mit den Armen ein bisschen intensiviert. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, top. Gerne strecken. Bisschen mehr, top. Und den Oberkörper leicht mit eindrehen. Und das Ganze mit beiden. Komm, komm, vor, zurück. Ich hoffe, ihr spürt euren Rücken, die Schulter und die Brust schon so ein bisschen. Nur noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und gut. Marschieren. Immer mal zwischendrin, einfach mal die Schultern kreisen lassen, wieder alles ein bisschen locker machen. Ich hätte gern, dass wir die Seiten, den Rücken noch ein bisschen aufhören, die Wirbelsäule auf die Belastung vorbereiten. Bitte nicht ins Hohlkreuz gehen, nicht in den Buckel gehen, nur zur Seite, 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 Seite. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Beide Hände an die Beine. Nach vorne, Brust raus, gerade stehen, bis an die Knie gehen. Bauch rein, Kopf gerade. Und hoch, leicht hoch. Kurze Bewegung. Damit wärmen wir den unteren Rücken auf. Und dann ist die Aufwärmung auch schon gleich vorbei. Und dann fangen wir auch schon an. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und gut. Marschieren. Alles nochmal kurz durchbewegen. Ihr solltet jetzt leicht aufgewärmt sein, der Puls ein bisschen erhöht. Atmung ein bisschen schneller als normal. Okay. Beide Hände nach vorne. Bleibt bitte stehen. Stabil. Popo anspannen. Vorne überkreuz. Bauch anspannen. Nur die Arme. Und auch die Arme anspannen. Nur die Arme überkreuz. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Wir machen weiter. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Und abwechslend hoch. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Bisschen höher. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und halt fest. Beide Hände nach hinten ziehen. Nach vorne. Nach hinten. Vorne. Hinten. Das Ganze schneller. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ellenbogen schön hoch. Richtig schön hoch. Vorne. Hinten. Kommt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Komm. Weiter. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Arme ein bisschen weiter auseinander. Kommt. Richtig vor. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Und schön zurück. Kommt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Puh. Alles ein bisschen ausschütteln. Ihr solltet jetzt hier so im vorderen Schulterbereich und Brustansatz so ein bisschen was gespürt haben. Wir marschieren wieder auf der Stelle. Wir stellen uns wieder hin. Wir stellen uns wieder hin. Wir stellen uns wieder hin. flüssig. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir machen weiter. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halt fest. Feste pressen. Feste pressen. 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 Feste pressen. Kommt. Und jetzt geht's hoch. 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 Kommt. Acht. Sieben. Kommt. Sechs. Fünf. Vier. Wir machen weiter. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Höher. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Zieh auf. Mach auf. Und ab. Ausschütteln. Ein bisschen bewegen. Wie gesagt, du darfst jederzeit was trinken, wenn du möchtest. Okay. Wir stellen uns hin. Beide Hände nach vorne. Fangen harmlos an. Es wird jetzt ein bisschen anstrengender. Richtig schön mit Kraft übereinander schieben. Die Ellenbogen. Die Hände. Die Arme. Ruhig bis zu den Ellenbogen. Dann wird die Spannung größer. Anspann. 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 Komm. Bauch anziehen. Popo anspannen. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halt. Fest. Anwinkel. Übereinander schieben. So weit du kannst. Und zwar zur Seite. Nicht nach hinten. Zur Seite. 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 Richtig zusammenschieben. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Bauchspannung. Komm. Acht. Bisschen mehr. So dass du die Ellenbogen übereinander bekommst. Und nicht so aus der Spannung rausgehen. Und die Arme sind waagerecht zum Boden. Unterarme richtig übereinander. Untereinander durch. Untereinander durch. Und noch mal. Komm. Hopp. 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 Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Jetzt wird's gemeint. Auf. Zu. Auf. Zu und auf. Komm. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Letzte. Acht. Jetzt. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Ich hab ne schlechte Nachricht. Wir hören jetzt nicht auf. Wir halten gepresst. Strecken die Arme. Arme strecken. Und jetzt. Die Ellenbogen. Zusammen. 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 Einfach die Ellenbogen. Komm. Unterarme zusammen. Komm. Acht. Sieben. Arme gestreckt lassen. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Komm. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Böse. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Zieh auf. Puh. Und ausschütteln. So. Jetzt hoffe ich, dass hier Schulter... Also jetzt sind wir mit der Aufwärmung am Ende. Nein, das war schon... Das war schon ein bisschen mehr als die Aufwärmung. Ihr solltet so ein bisschen die Brust gespürt haben. Vordere Schulter und die Arme. Alles mal durchbewegen. Der Körper ist jetzt gut vorbereitet für tausend Liegestütze. Die kommen dann gleich. Und für die, die die Liegestütze zu einfacher sind, die machen die bitte auf den kleinen Finger. Ich mache das dann kurz vor. Einarmig natürlich. Okay, immer in Bewegung bleiben. Kreislauf oben halten. Je mehr Muskeln ihr bewegt, umso mehr Kalorien werden verbrannt. Okay. Wir nehmen die Arme vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Und jetzt bitte vorne wirklich versuchen, als wolltet ihr was wegschieben von euch, die Brust dabei anzuspannen. Also wirklich weg. Ran. Weg. Ran. Und dann. Und dann. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Falten. Und jetzt überkreuz. Komm. Mit der Spannung. Komm. Arme schön wegdrücken. Brust anspannen. Komm. Spannung, 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 Spannung. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halten fest. Wieder übereinander. Untereinander durchschieben. Ganz weit. Und jetzt. Kurze. Komm. Kurz. 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 Richtig zur Seite. Nicht nach hinten. Zur Seite. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Spann die Brust an. Komm. Brust raus. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Arm. Wechsel. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Sechs. Fünf. Vier. 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 Zwei. Eins. Acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Eins. Auf. Zug. Auf. Komm. Komm. Das kennt ihr schon. Acht. Sieben. Komm. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halt fest. Richtig zusammenpressen. Nicht nachlassen. Und zusammengepresst nach oben schieben. Los. Acht. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Letzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halt fest. Strecken. Komm. Und jetzt die Ellenbogen wieder. Eins. Komm. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Brust raus. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Richtig zusammenbringen. Die Unterarme. Komm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ist gut. Zwei. Uiuiuiuiui. Alles ausschütteln. Wir gehen runter auf die Matte. Das heißt aber nichts Gutes. Man könnte jetzt denken, die Entspannung ist eingeläutet. Nee. Jetzt fangen wir an. Den Ausfallschritt. Runter. Ja, ich gebe euch jetzt so ein, wir starten jetzt Ende Januar, starten wir so ein neues Programm, das nennt sich HIT-Training, HIT High Intensity, das ist kurz und brutal, also man braucht eigentlich nur einen Durchgang von irgendwas machen und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Danach ist man eigentlich fertig, also es ist immer nur ein Durchgang, danach ist das Training beendet, das ist ein ganz kurzer Kurs, es geht ganz schnell, tut auch nur ein bisschen weh. Also wir gehen in die Liegestütz, wir gehen in die Liegestütz, sehr breit bitte. Okay, also nicht wundern, ich höre bei 50 nicht auf, zu zählen, okay? Wir sind auf den Knien, wir gehen tief und hoch, los geht's, auf geht's, tief, hoch, Arme sehr breit, mindestens neben die Matte, ganz breit, ansonsten drückst du nur aus dem Prizeps und wir wollen die Brust. Also, tief, hoch, bleib auf den Knien, nicht in Vorlage, das ist sonst zu schwer, tief, hoch, tief, hoch, tief und hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, bleib lieber auf den Knien, geh nicht in die Vorlage, weil wir machen wirklich ein paar mehr Wiederholungen und das Ganze ein bisschen schneller. Komm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, komm, acht, eins, zwei, drei, vier, jede Bewegung zählt. Komm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, weiter geht's, komm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, bis zum Versagen. Komm, weiter, auf geht's, komm, eins, zwei, drei, vier, komm, kämpfen, sechs, sieben, acht, wir machen weiter, wir kämpfen, komm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, okay, komm hoch. Das war so ein kleiner Ausblick, beide Hände nach vorne, anwinkeln, zu und auf. Wer die jetzt noch richtig zukriegt, dann ist gut, dann noch zehn, bitte. Okay, zu, auf, zu, auf, zu und auf. Komm, 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 komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, komm, letzter. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und gut. Also ihr habt gemerkt, das war ein bisschen schnell von der Ausführung. Man kann den Muskel auf verschiedene Arten einfach trainieren. Einmal mit Gewicht, dann mit Wiederholungszahl und mit Schnelligkeit. Und was wir jetzt machen, wir machen alles drei zusammen. Wir machen alles drei zusammen. Bitte wieder auf die Knie. Nicht anders, bitte. Wir gehen einmal mit der Nase über den Boden. Und dann nur wippen. Kurz, 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 kurz. Wirklich nur wippen. Keine ganzen Wiederholungen. Den Kopf zur Seite drehen. Und wippen, komm. Hier ist ganz wichtig, den Kopf zur Seite zu drehen. Und dann stopzt Alp die Nase auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Komm, weiter geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Komm, ihr spürt was. Komm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Komm hoch. Komm hoch. Beide Hände nach vorne. Wenn ihr noch könnt. Und überkreuz. Warum ich das mache, das weiß ich. Was mein Job ist, warum ihr euch das antut. Aus Spaß, aus Jux und Tollerei. Komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Zieh auf. Richtig aufziehen, komm. Richtig schön aufziehen. Anwinkeln und auf und zu. Komm. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, noch mal acht. Komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Beide Hände nach vorne. Ineinander richtig fest. Und jetzt feste pressen. Pressen. Arme feste zusammen. Hände feste zusammenpressen. Vor der Brust. Bisschen mehr strecken. Komm. Mehr nach vorne. Jawohl. Und anspannen. Spannen. Komm. Halten, halten, halten. Komm. Mit dem Kopfnicken. Das unterstützt das Ganze. Und jetzt ranziehen. 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 An die Brust. Feste drücken. Komm. Komm, 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 komm. Und weg. Weg, 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 weg. Feste pressen. Und aufziehen. Daumen nach unten. Und lösen. Ne, fertig sind wir noch nicht, leider. Einen Durchgang haben wir noch. Einen Durchgang haben wir noch. Ich hoffe, eure Brust spannt so ein bisschen. Und jetzt kommt wieder die Gretchenfrage. Warum soll ich als Frau Brust trainieren? Ich möchte doch am Popo abnehmen. Warum soll ich denn Brust trainieren? Das ist ganz einfach. Die Brust gehört zu den größten Muskeln im Körper. Der größte Muskel ist der Gluteus Maximus. Der Popo. Und hier oben der Pektoralis. Die Brust gehört mit zu den größten Muskeln. Das heißt, je größer der Muskel, umso mehr Kalorien verbrauche ich. Und deswegen verbrennt man sehr viel Kalorien beim Brusttraining. Deswegen, liebe Frauen, nicht nur straffen, festigen, auch noch Fett verbrennen. Und zwar nicht hier, sondern hier, auch beim Brusttraining. Wir gehen wieder in die Liegestütz. Okay. Wir machen mal einen schweren Durchgang. Schwer heißt nur auf den Händen, ohne Füße. Ja. Also alles in eine. Und dann nehmen wir die Füße hoch. Und dann den anderen noch dazu. Okay. Nein, wir machen zehn normale. Komm. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wir gehen auf die Knie. Noch mal zehn. Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Wir bleiben tief. Wir bleiben tief. Und jetzt wird gewippt. Komm. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Vier. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Das Brusttraining ist schon fast wieder vorbei. Aber keine Angst. Einen Durchgang haben wir noch. Komm. Auf. Anwinkel. Zu und auf. Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Wir machen weiter. Acht. Sieben. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzte. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und gut. So. Ihr solltet jetzt in dem Bereich so locker, leicht, warm, ein warmes, leichtes Gefühl haben. Ich wünsche euch ein schönes Muskelkater. Okay. Einmal aufziehen. Ganz weit. Daumen nach unten drehen. Beide Hände hinterm Topo. Schultern nach hinten. Richtig schön die Brust aufziehen. Einmal schön dehnen und die Hände nach unten schieben. Die Arme mal nach hinten wegziehen. Und lösen. Ja, das war dein Oberkörper-Conditioning. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gemerkt. Kurz und intensiv. Denk immer an deinen Shake, denn ohne Eiweiß, keine Straffung, kein Gewichtsverlust. Leider. Ja, das war's. Verrücker. Ich hoffe, du hast ihn mit mir. Daumen nach unten. Ja.